Ja und hier ein paar Übungsaufgaben zum Thema Bruchteile berechnen. Folgender Vorschlag, ihr rechnet das Zeug aus, also ich rechne es auch aus, aber wir machen es so. Ihr drückt jetzt die Pause-Taste, schreibt euch die Aufgaben ab, rechnet sie aus. Erstmal die erste Kolumne, dann die zweite und dann die dritte, also nacheinander. Und nach der ersten drückt ihr weiter und ich habe in der Zeit auch ausgerechnet, dann vergleichen wir. Gut, bis gleich. Ja, habt ihr es auch so? Hier rechnet es sich blöd, wenn ich sage 15 durch 9 geht ja nicht, aber ich kann sagen 15 mal 3 ist 45 durch 9 ist 5. Der Rest müsste klar sein, hier habe ich einen Trick angewandt, hier habe ich ganz einfach Nullen weggestrichen, kann man machen. Übrigens guckt mal hier auf den Link zum Nullen wegstreichen, also was da hinter steckt. Link beachten hier, könnt ihr euch nochmal die ganze Sache angucken. Hier habe ich gesagt, bevor ich 54 mal 6 und dann durch 9 rechne, 54 durch 9 ist 6, mal 6 ist 36. So, die nächste. Ihr drückt wieder Pause-Taste, ich auch und schreibt sie ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Na, komisch, ne? Hier habe ich gesagt, 54 durch 6 ist 9, mal 9 ist 81. Es kann also auch mehr rauskommen. Beachtet mal den Link, ich werde dann nochmal einen Link dazu anfertigen hier oben, warum auch mal mehr rauskommen kann. Man sagt immer Bruchteile, ja, ja, aber ich teile erst durch 6 und nehme dann das, was ich durch 6 geteilt habe, 9 mal. Das wird also durchaus mal mehr, das kann sein. Ja, hier die anderen Ergebnisse, hier habe ich wieder die Nullen weggestrichen. Nochmal Pause-Taste und dann sehen wir uns wieder. Die sind schon ein bisschen doller hier. Okay. Naja, ich kenne das. Hier Nullen weggestrichen geht ja, aber 10 durch 3 geht nicht. Aber ich kann sagen, 15 durch 3, ich darf da umtauschen. Ich darf da sagen, 10 mal 15 oder 15 mal 10 ist egal. Ich darf also auch von hinten anfangen. 15 durch 3 ist 5, mal 10 ist 50. Ich darf auch eine Kommazahl hier drin haben, indem ich sage, gut, 3,5 mal 2 sind 7, 7 durch 14. Jetzt kann ich so nicht glatt rechnen, aber ich kann sagen, das kann ich kürzen. Beachtet nochmal den Link hier, eventuell Brüche kürzen werde ich wohl vielleicht noch anfügen, aber Brüche kürzen müsste eigentlich klar sein. Ich teile beide durch 7, weil sie beide durch 7 gehen. 7 durch 7 ist 1, 14 durch 7 ist 2. Also herauskommt wirklich ein Halb. Gut, die waren hier schon ein bisschen doller. Liebe Leute, ich wünsche euch was. Ich hoffe, das Üben hilft bei euch. Wenn ihr es getan habt, habt ihr wahrscheinlich mehr getan, als wenn ihr einfach stuhe Hausaufgaben macht. Üben, das ist das, was gegen das Vergessene hilft und was erst sicher macht. Also, liebe Leute, jetzt kommt zum Schluss noch Links für alles Mögliche. Ich hoffe, es hilft euch. Macht's gut, tschüss.